So, liebe Kolleginnen und Kollegen, alle und herzlich willkommen hier zurück, haben wir schon verkauft, zu, nö, zurück zu FAKKRY3, das heißt nicht FAKKRY, sondern FARKRY, weiter schrei, ta 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 ta, ähm, Scharfschützengewehre, ooooh, verfügbar, ausrüsten, anpassen, oh! Haha, ein Schalldämpfer, alter, ein High-Power, okay, alles klar, Geld aus dem Fenster geschmissen, okay, ähm, und ein High-Power Fernsehenrohr, alter, okay, hau rein, ey, yo, okay, damit bin ich jetzt offiziell abmontieren, bist du wahnsinnig, ach, bist du denn wahnsinnig, ihr seid doch alle wahnsinnig, dschungel, schwarz, weiß, Dschungel, ja, Dschungel ist cool, ich liebe Dschungel, so, Konsumartikel, Körperpanzer, schon wieder null Körperpanzer, was soll denn das, so, und schon hab ich genug, wunderbar, Na dann, raus hier, weil ich keinen Bock mehr hab, so, wo müssen wir hingehen? Ah ja, genau, wir müssen zu diesem Kacktauen, okay, na dann, ja, machen wir, oder? Ja, komm, ja, diese ganzen komischen Missionen da, mit dem Totenkopf und diesen, diesen Tieren da, besonderen Tieren, die machen wir irgendwann anders, ne? Irgendwann wird uns mal erlangen, weil wenn ich mal wieder gefrustet bin. Was zum Teufel, oh, 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 ach, verdammt, ich bin hier im Gebiet, was ich nicht sehe kann, deswegen weiß ich nicht, in welchem Gebiet ich hier gerade rumgammel, weil vielleicht ist es ja ein Wildschweinengebiet, und wir brauchen Wildschweine, oder eh, nein, Tapire, nein, doch, Tapire brauchen wir, Tapire, damit ich ja nicht mal mehr Munition aufschleppen kann, ey, hier mit meinem billigen 60 Stück, das ist einfach nur ein Witz. Ja, perfekt, ja, perfekt, Vorsicht, Ben, ach so, ja, genau, macht einen Schritt nach vorne und dann nach oben, genau, ist ja kein, äh, äh, da ist ja kein Loch, nö, das ist, wir sind Jesus, wir sind Jesus, keine Kacke, ne, wir sind Jesus. Da, guck, der geht erstmal einen Schritt nach vorne, und dann springt er, da, schau, guck dich das an, okay, da ist er echt gesprungen, da ist er jetzt wirklich gesprungen. Aber sonst, ersten Schritt nach vorne gemacht und dann gesprungen. So ganz unrealistisch halt, nö, aber das sind Spiele, nö. Oh, 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 oh. Ey, hallo, ich hab... Nein. Okay. Ich glaube eher, du bist dran So Tja, was jetzt? Ich weiß Dafür habe ich schon wieder einen Orden verdient Aber ich verzichte drauf Das geht mir voll auf den Sack Das ist es doch nicht Nein Das ist da Das ist es doch gar nicht Habe ich wohl etwa nicht auf Ausrüsten gerichtet, oder? Ja gut, schön Freut mich Finde ich gut Bin halt ich, das bin ich, das bin ich Das muss man sich gewöhnen Ich bin halt einfach so dämlich Ich bin halt einfach ich Funktioniert immer auf die gleiche Art und Weise Immer das Schloss Ach egal Einfach mal aufhören zu labern Das stinkt so richtig Das ist Bad Town Oder das da Da gibt's bestimmt was drin Also wenn da nichts drin ist, keine Kiste, kein gar nichts Dann fress ich aber einen Riesen Ich sag doch, da ist schon was Ach, ist es das? Ich weiß gar nicht Bad Town Wo ist der Bad Town? Doch, das ist ja noch weit weg, ne? Ach, das ist ja noch weit weg So, ich will da rüber Ich will da rüber Ja, ich will da rüber Ich will da rüber Weil da rüber diese Aussehen-Boss-Daddies Weil da kann ich da rüber Und da rüber kann ich da rüber Oh ja, das ist gut Das ist eine gute Idee Nein, du Achso, ja gut Ist mir auch egal Ist mir auch recht Hier ist auch ein Auto Von daher Mir wurscht Hab ich da Geld gesehen? Jetzt, ne? Ja Ist es, sind das Feinde? Ja, das sind Feinde Aber Oh nein Verdammt Ach man, jetzt hab ich ne Kiste vergessen, ey Wegen euch, Idiot, muss ich jetzt aussteigen, ne? So, jetzt halt aber So Ja, richtig, ne? So Alles klar Erwischt Da schreit jemand Leider kann ich nicht mehr so sozial sein und ihn retten Alter, das Auto ist ja mal echt vergammelt Das würde keinen Töpfe mehr kriegen, ne? Was? Achso Ja, ja, alles klar Alles klar Ziege Ziege, 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 Ziege Ziege, Ziege, Ziege Oh Oh, guckt euch das an Guckt euch das an Boah, habt ihr das gesehen? Die haben mich eingekesselt Von Feinsten Von Feinsten Am 12 Hol ich mir Hol ich mir sofort, ey Jetzt muss ich mich rechnen Jetzt hab ich Jetzt bin ich aber stinkig Jetzt bin ich aber stinkig Oh Achso, eine Pflanze Gut Oh, ein Hund Zwei Hunde Drei, vier Oh Das ist so eine ganze Hundearmee Boah, und was für eine Alter Achso, okay Cool Oh, oh Bello Pui Pui Pui, Bello Oh, Gott, ey Das ist voll Ganz schön uncool Das ist so richtig Uncool Schau mal Hahaha Jawohl Okay, das ist offiziell Genial Auf geht's Los Los Achtung, Granate Ehh Hahaha Ach nee, die kommen jetzt nicht zu mir, oder? Warum kommen die Autos manchmal zu mir? Was ist das für ein Kack? Nein, 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 nein Los nicht Ja So Doof, hm? Was aktivierst du? Ich hab dich nicht gehört Nee So Sag mal Bist du wahnsinnig? Achso Ne Tja Drei Hunde auf einmal gekillt Und der Also ganz ehrlich Ey, jetzt Jemandes Schlüssel Das ist schön für jemandes Schlüssel Bringt mir ja nix Ja, das ist cool Alles Schweine Alles Schweine Hier ist ja nix Was soll das sein? Was ist denn das für eine Bude? Gar nix Nix Null Nadi So Doggybag Alles klar Was soll ich einfach tun? Alter Sehr Sehr schön So, und jetzt nochmal Scharfschützengewehre Verfügbar Ich muss es auch ausrüsten Du Kack Also manchmal bin ich doch echt so ein Also manchmal Manchmal Weiß ich nicht mehr so ganz Ne, ne Manchmal Es ist schon schlimm mit mir So, jetzt das Alles klar Abgelehntes Patenten Oh, guckt euch mal den Kack an Klapp Wie er da steht Als ob er alles getötet hätte Und ich Nichts Campmord Das ist ja ein lustiger Name Ich leihe mir mal hier das Gefährt aus Kein Stolz Ich finde diese Kehrtwendungen hier so richtig cool Ich meine, das ist so richtig Ah, ein Gun Alright Okay So Müssen wir mal schauen Ich gehe mal davon aus, dass wir Ja, hier lang müssen Wahrscheinlich Wow, hier ist der Pfad, der 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 Wilde Hunde Wilde Köter Mal wieder Oh Unbemanntes Unerkanntes Unerkanntes Bekanntes Mein Gott, Ben, ey Du hast doch echt einen Sprachfehler So Na dann, auf geht's Ich gehe mal davon aus, dass wir hier hoch müssen Als andere würde keinen Sinn ergeben Wobei doch Eigentlich schon Bau, 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 bau Oh, oh, wow Da kommen wir auch hoch So macht man das So macht man das Und nicht anders Was zum Teufel war das Ich will es gar nicht wissen, glaube ich, oder? Nö Wahrscheinlich will ich es gar nicht wissen Oh, oh So Peilung Eine, zwei Da auch einer Drei Vier, fünf Achso, das ist jetzt nur von diesen Draufgängern, ne? Ganzes Camp voller Draufgänger Alles klar Alles klar Sonst noch irgendwas? Hab ich noch was vergessen? Nö, gut Ich werde wahrscheinlich nicht einfach Ah, verdammt Okay, schauen wir mal Ach Och, komm Och, komm Du 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 Los Zumindest noch alle Besoffene Und der steht direkt Vor dem Alarm Los Oida Fuck Fuck Heiliger Heiliger Mal, 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 mal Wow Sag mal, die schießen mal Raketenwerfer auf mich Alter Was zum Teufel geht mit denen ab? Das sind echt voll die Draufgänger, ha? Wow Okay, okay 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 Okay, wir haben es verstanden Okay, okay, okay Ganz ehrlich Das ist Übelniss So, wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Hä? Soll er nochmal schießen? Soll er nochmal schießen? Er hat nochmal geschossen Das nenne ich Eine Kampfansage Wo ist denn der? Wo ist denn der? So Bam So macht man das Wie immer Wie ein Ninja gemacht Ich will meinen Außenbosten befreien Ohne einmal Also ohne halt Aufmerksamkeit zu erregen Fähigkeitspunkte Holtun Was macht der? Alter, hier sind keine Zombies Äh, Monster Äh Feinde mehr Ja, das ist Ah, ich liebe Ich liebe deren Optimismus So schön Eine neue Rennliga Ist auf der Insel verfügbar Und noch eine Speicherkarte Bam Und was diesmal? Ketaminformel Keine Ahnung Nie gehört Never ever heard So Höh Ups Und jetzt Ja, jetzt können wir ein bisschen Können wir gar nichts verkaufen Okay, dann machen wir ganz kurz Bande Vielen Dank, wieso schon hier Für die nächste Woche Wenn ihr bei Vorko3 Mit mir dabei seid Mein Name ist Ben Und ich sage für heute Auf Wiedersehen Tschüssi